Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiten Folge Geek Talk Daily. Heute mit der Nummer 708 und es ist Freitag, der 4. Oktober 2019. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Hintertürchen, Golden Master, Mario Kart Tour, Threads, Galaxy Fold 5G und Galaxy Watch Active 2. Zum einen hat es Huawei wieder mal geschafft, über die Stränge zu schlagen. Gut, ja, zweimal wurden sie schon, wie sagt man dem Wort schon wieder, verwarnt von den Staaten, weil sie im Verdacht stehen, Hintertüren in ihre Software respektive in ihre Hardware einzubauen. Und was macht der asiatische Hersteller jetzt? Ja, er baut eine weitere Hintertür ein, um Android nachzuinstallieren auf den neuesten Geräten, wo es eigentlich gar nicht hätte drauf sein dürfen. Komischerweise, kurz nachdem, dass die Lücke bekannt wurde, hat man das Ganze geschlossen. Noch komischerweise ist, dass das Ganze über die Schnittstelle läuft, wo normalerweise grosse Firmen ihre Apps oder ihre Smartphones verwalten. Besser gesagt, das Ganze kennen wir auch ja von Apple, wo wir das im Frühling diesen Jahres hatten, mit den ganzen Facebook-Apps und Google-Apps, die mehr ausgespiniert haben, als sie hätten gedürft. Und ja, sehr, sehr speziell. Und ich hoffe doch, dass das Ganze wirklich nicht in Wissen von Huawei passiert ist, weil sonst könnte es richtig hässlich werden mit Amerika und China. Und was sich das alles noch so nach sich zieht, die Golden Master von macOS 10.15, somit also Catalina, ist draußen. Regissierte Entwickler, also nicht die öffentliche Beta, sondern die regissierten Entwickler, die haben jetzt das Update bekommen, das finale Update. Das heisst eigentlich, dass wir sehr, sehr nah davon stehen, dass auch alle Leute das Update bekommen. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, denn ja, wir befinden uns im Oktober und Apple hat ja uns Catalina für den Oktober diesen Jahres versprochen. Mario Kart Tour, der neueste Spiele-Hit für die mobilen Smartphones unter Android, aber auch unter iOS, ja, hat anscheinend Rekorde gebrochen. Wenn man Nintendo Glauben schenken mag und gewissen unabhängigen Studien dann, oder Analysen besser gesagt, dann ist es so, dass seit dem Online-Gehen des Spiels das Ganze jetzt rund 90 Millionen Mal runtergeladen worden ist. 53,5 Mal auf iOS-Devices und 36,5 Mal auf Android-Devices. Grundsätzlich ist das Spiel ja kostenlos. Ihr werdet es aber schnell merken, Klammer auf, sofern ihr es noch nicht ausprobiert habt, Klammer zu, dass ihr ziemlich schön, unschön Geld in den Topf schmeissen dürft oder könnt, nämlich knapp 5 Eure Währungseinheiten, damit ihr das monatlich weiterspielen könnt und einigermassen vorwärts kommt. Nicht ganz so schön, aber natürlich schön für die Kassen von Nintendo, wenn es dann funktioniert. Noch ein paar weitere Details zu den Zahlen könnt ihr nachlesen, aber wie gesagt, das sind alles Schätzungen und teilweise Aussagen von Nintendo. Inwiefern, dass die ganz so stimmen, das weiss man natürlich nicht. Facebook hat wieder mal eine neue App rausgeworfen. Die gibt es aktuell noch nicht bei uns, wie so vielfach immer zuerst in den Staaten, richtet sich an Instagram-Nutzer, die gerne auch darüber über die Plattform kommunizieren, damit sie das nicht mehr direkt in der Bilder-Teil- und weiss ich was-App machen müssen, hat man jetzt einen eigenen Messenger auf den Markt geschmissen, Threads, und der bietet sich an, um eben mit den nahen Freunden, oder wie heissen die, enge Freunde, genau, mit den engen Freunden zu kommunizieren, mit Bilder, mit Ton und was halt alles so dazugehört. Das ist eigentlich sehr speziell und komisch, weil man wollte ja auf Anfang, Mitte nächsten Jahres die ganzen Messenger in der Facebook-Welt zusammenlegen und jetzt machen wir wieder was Neues. Aber ja, man hat ja Geld und kann ausprobieren. Gestern war ich unterwegs bei Samsung. Zum einen gab es die Neuigkeit, dass das Fold 5G in der Schweiz ab dem 18. Oktober verfügbar sein wird. Wer also will, sollte schnell handeln, denn es gibt nicht allzu viele Geräte, wie es sich herausgestellt hat, aber dennoch, die ersten können sich eindecken. Plus, ich hatte gestern die Möglichkeit, die neue Samsung Galaxy Watch Active 2, das Fitness-Wearable, die Smartwatch im Fitnessbereich, ein bisschen auszutesten. Wir haben ja schon im August einen News-Beitrag vom Pogipsi.ca-Blog geschrieben, und ich glaube auch hier im Podcast darüber gesprochen. Jetzt durfte ich sie ein bisschen austesten. Wie genau, was genau, das könnt ihr im Blogpost dazu nachlesen. Da habe ich ein bisschen ergänzt, was ich jetzt aktuell für ein Modell habe, das ich mir in den nächsten Wochen austesten werde. Und dazu gibt es auch nächstens ein Video, sobald ich dann zum Schneiden komme. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Genießt diesen Freitag, macht noch was Fleissiges, und dann geniesst vor allem das Wochenende. Nächste Woche werde ich wieder für euch da sein, weil eine Woche ist ja eigentlich die nächste Woche. Ich habe hier den Achim vertreten, und somit gibt es nochmals eine Ehrenrunde mit meiner Person. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.